Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Herdanschlussdose fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnitz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann können wir auch schon loslegen. In meinem Fall kommt mit einer 5-artigen Leitung NIM 5 x 2,5 mm² in unsere Hohlwanddose hier hinein und jetzt muss ich erst einmal das Ganze um ca. 10 cm abmanteln. Als nächstes kürze ich alle Leiter außer den Schutzleiter mal um ca. 1 cm ab. Dadurch ist nämlich jetzt mein Schutzleiter auch etwas länger und falls im allerschlimmsten Fall irgendwie im Nachhinein mal diese Herdanschlussdose herausgerissen werden sollte, dann fällt dieser Schutzleiter auch als letztes und wir haben einfach den maximalen Schutz. Danach kann ich meine Leiter in meinem Fall jetzt auch schon mal auf 6 mm abisolieren, so dass es anschließend auch für meine Klemmen passend ist. Und wenn auch das geschehen ist, kann ich meine Herdanschlussdose mal schon hier sauber einbauen, dann mit einer Wasserwaage bzw. den entsprechenden vorgefertigten Dienen ausrichten und natürlich noch bei beiden Schrauben auch festdrehen. Bevor ich es vergesse, wenn bei dir zu Hause eine Unterwurzdose vorhanden ist, dann kannst du natürlich auch diese Spreizkrallen verwenden. Die sind normalerweise auf der rechten und auf der linken Seite mit zwei Schrauben befestigt und wenn ich die Schrauben jetzt da drehen würde, dann würden die Spreizkrallen nach außen aufgehen und das Ganze natürlich auch ordentlich festhalten. Im nächsten Schritt kann man sich die Leiter auch schon dementsprechend hinbiegen, dass sie danach gut in die vorgesehene Klemme hineinpassen und was aber auch noch ganz wichtig ist, dass davor unbedingt hundertprozentig sichergestellt sein muss, dass natürlich die Belegung von den entsprechenden Leitern auch den Farben entsprechend ist. Bedeutet einfach, blau muss der Neutralleiter sein, grün, gelb der entsprechende Schutzleiter, der auf jeden Fall durchgehend ist und braun, schwarz und grau ist unser Außenleiter. Wenn man sich hier irgendwie unsicher ist, dann sicherheitshalber immer nachmessen. Bei alten Anlagen kann es übrigens auch sein, dass man jetzt zum Beispiel zwei schwarze Außenleiter hat, dann einfach anstatt dem grauen Außenleiter hier einen schwarzen hineingeben, welcher davon ist jetzt eigentlich vollkommen egal, da man bei einem Herd einfach kein Drehfeld benötigt. Und somit haben wir unsere Herdanschlussleitung auch schon fachgerecht angeschlossen und jetzt müssen wir mal noch so eine flexible Herdanschlussleitung richtig anklemmen. Hierfür habe ich mir das Ganze schon fertig mit 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt und auch solchen Aderenthülsen gekauft und auch der Schutzleiter wurde auf der anderen Seite etwas länger gelassen. Die Aderenthülsen sind bei unseren Schraubklemmen auf jeden Fall Pflicht, jedoch gibt es auch solche Herdanschlussdosen, bei denen schon spezielle Vagoklemmen verbaut sind und hier dürfen wir keine Aderenthülsen aufbringen, sondern das Ganze muss flexibel auch noch hier richtig verdrahtet werden. Solche Anschlussdosen sind übrigens auch meistens für zwei Geräte gedacht, bedeutet, ich kann einen Herd und einen Backofen gleichzeitig anschließen. Doch wie das Ganze bei so einer Dose richtig funktioniert, hierfür habe ich auch schon ein extra Video mal gemacht. Jetzt gebe ich meine Leiter aber erstmal wieder den Farben dementsprechend in meine Klemmen hinein und drehe das Ganze natürlich auch wieder mit Gefühl fest. Meine Klemmen sind richtig angeschlossen, deswegen kann ich unten bei den zwei Schrauben die Zugentlastung auch mal dementsprechend noch anbringen. Wie gesagt, die Zugentlastung hat natürlich den Sinn, dass das Ganze jetzt nicht einfach hier unten raus kann. Und zum Schluss muss ich noch meine Abdeckung zur Hand nehmen und diese natürlich richtig rum aufsetzen. Und somit haben wir jetzt auch schon eine Herdanschlussdose fachgerecht angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt eben so eine Herdanschlussdose, eine Herdleitung oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.